Ciao meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Spotgasser-Video, heute mit Maps, die ich auch kenne. Jetzt kommt der Werbeblock. Hier fürs Abonnieren, beides kann ich euch empfehlen. Letztes Mal haben wir ja mit Inferno Only aufgehört, aber wir spielen ja auch viel auf Mirage, Overpass und Vertigo, so mittel. Darum mache ich jetzt nur eine Hälfte, wir nehmen mal Lower Vertigo und gehen einfach so ran an den Speck. Dann haben wir dreieinhalb Maps, da sollte doch einiges, oh, einiges dabei sein. Hier haben wir schon mal Chair auf Mirage, das ist oder sollte genau in der Ecke hier sein. Ja, okay, gut, die wollen, dass ich halt genau den, ich wollte gerade sagen, einfach dasselbe oder was, dass ich genau den gezeigten Gegenstand dann wohl einfach drin habe. Wo liegt Dreck? Wo ist Dreck? Am Cityswall laufen auf jeden Fall Leitungen, circa hier. Wo sind denn noch diese Oberlandleitungen? Ich bin mir sehr sicher, dass es das hier ist. Es wäre so frech, wenn es hier hinten wäre. Ist es vielleicht da auf Mitte? Aber zumindest dieser kleine Anstieg, also diese Erhebung, erklärt sich dann durch, ja, den Weg hier halt aufwärts, bitte, oh mein Gott. Ich habe zwei Punkte, scheiße. Ist es da hinten ein Dreckhaufen auf B? Auf B sind Oberlandleitungen. Das ist eine verschissene Lüge, das kann nicht wahr sein. Seeberger Damm. So, ich habe ein bisschen das Mikrofon geschlagen, sorry. Vor dem Eingang zur Bank, I would say. Ich glaube hier. Fast, fast. 98 von 100. Auf, da kann man mal aufrunden, okay. Ich gebe da mir aber hier gerade Freibier aus. Das ist ja lächerlich. Hier. Wahrscheinlich. 100 von 100. Aber es ist trotzdem nicht exakt. Es ist nicht exakt. Wie frech. Hm, okay. Oh mein Gott, was? Woher soll ich denn wissen, wo dieses eine Fenster ist? Rotes Haus. Wo steht ein rotes Haus? What's that? Wo geht es da hin? Und hier oben ist Holz oder was? Hier bin ich mir jetzt tatsächlich etwas sehr unschlüssig. Unschlüssig, wo das jetzt sein könnte. Rot. Ah, warte mal. Ne. Was ist das hier oben? Was ist das da links? Was ist das hier für Zeug? Ist das Holz? Boah, das ist... Das ist frech. Ich bin aufgeschmissen. Ich gebe auch mal davon aus, dass wir nichts nehmen, was extrem weit oben in der Map ist. Weil das wäre wirklich lächerlich. Dann lieber was auf dem Boden. Aber wenn du was nimmst, was drei Player Höhen irgendwo in der Luft ist, das sieht ja wirklich keiner Sau. Außer es ist wiederum ein Punkt für irgendwelche Fixpunkt-Smokes. Aber die schmeiße ich halt eigentlich nicht. Ich muss überlegen, es ist offshort. Leute, Leute, ich bin ein bisschen im Ass gerade. Das weiß ich nicht hier. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich überlege jetzt gerade, ob das hier... Ob das das hier ist. Ich mach... Ei, 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 ei. Zwölf. Ja, jetzt doch. Jetzt, wo ich sehe, ich glaube, das ist immer ungefähr auch das Fenster, wo ich... Wenn ich Hürden rausrenne, schmeiße ich meine Smoke-Bong da hin und dann fliegt sie hier auf short. Das sieht ja wirklich keiner Sau. Außer es ist wiederum ein Punkt für irgendwelche Fixpunkt-Smokes. Aber die schmeiße ich halt eigentlich nicht. Aber da will ich jetzt aber auch mal dann ganz ehrlich in den Kommentaren hören. Habt ihr das gewusst? Habt ihr das sofort gewusst? Oder habt ihr Stück für Stück herausfinden können, wo das ist? Oder habt ihr auch keinen Plan gehabt? Und dann wieder sowas. Und dann ist so ein frecher Mülleimer einfach. Von da schmeißen doch bestimmt immer die Profis ihre tollen Smokes Richtung Mitte und sowas. Daira und Co. Bestimmt. Bestimmt. Daira, Demi, alle hocken sie so da. Das ist richtig, Pappler. Lass es so, lass es so. Ich lass es so. 0,59. Bis jetzt das Beste. Wir machen... Wir machen so lange, bis ich eins nicht weiß, oder wir die 20 Minuten Aufnahmezeit überschritten haben. Das ist ja auch absolut einfach wieder. So weiß ich auch nicht. Wie muss ich dazu sagen? Ganz klar. Ganz klar hier. Dann erkenne ich, wie meine Westentasche erkenne ich. Komm auf, gib mir was schwerere. Also, jetzt wollen sie mich doch aber rollen. Toiletti, Spaghetti, mein Freund. Das ist ja am Boden. Gib mir ihr... sehr wohl langsam ist es... ist es lächerlich. Hier so. Gut, ein bisschen weiter rüber. 100. Äh, B. Sagt du Mundo, Tuto, Vanili. Easy peasy, damit es squeezy. Ha! Oh Gott, wo ist das denn? Hier geht's runter. Hier geht's runter? Aber es ist dann im roten... Es ist dann hier. Da richtig die Tür ist genau... There. Ha! Nein, was ist einfach. Okay, gut, das ist wirklich easy peasy. Das ist direkt hier. 1,2,6 Distanz. Das gibt's doch gar nicht, Mann, so eine Scheiße. Eine Marme noch. Da ist die Bank. Dann riech ich. Bis hier. Da ist die Bank. Äh, muss direkt die Wand sein. Ich bin ein Zerstörer. Ich bin ein absoluter Zerstörer. Ja, wir machen so lange, bis ich eins nicht weiß. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Video hier zu beenden. Wait a minute. Wait a few seconds, bruh. Auf Overpass. Es ist hier, äh, ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie weit geht denn das? Es ist, man kommt runter, läuft nochmal ein Stück hier runter, glaube ich, und dann ist man hier in dem Bereich. Es ist, kann auf der ganzen Menge sein. Ich mach den Punkt hier hin und da bin ich ziemlich nah dran. 92% dass das fucking treu geht? Ich, äh, was? Das ist das erste Mal, dass sie, glaube ich, einfach einen nach oben geschossen haben. Hier könnte ich dran verkacken. Ich meine, dass es in den Apartments ist. Eieiei, das ist vielleicht mein Ende. Ich habe ja gesagt, wenn ich eins nicht weiß, dann hören wir auf. Wobei wir jetzt auch die 20, das ist das Letzte, das ist das Letzte. Wir haben die 20 überschritten. Kann es im Window sein? Das sieht so ziemlich spacey aus, sehr geräumig. Und Window ist dann doch eher, sieht man die Tür? Ne. Ich hätte jetzt gesagt, das ist hier. Beziehungsweise, ja doch, hier. Aber ob ich da richtig liege, sieht man, wenn das Licht angeht. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Giveaway zu starten und das Video hier zu beenden. Kurses Resümee, ich glaube, es lief schon deutlich besser, gefühlt, würde ich sagen, war es deutlich besser. So insgesamt waren es, glaube ich, von, ich glaube, ich lag zu 95% richtig. Schreibt gerne die Kommentare, ob ihr auch so weit gekommen seid oder viel mehr, noch viel mehr gewusst habt und vor allem, ob ihr auch bei den Dingen, bei denen ich ihr struggelt habt, wusstet, wie der Hasse so läuft. AWP Archeron ist zu gewinnen, die wird einfach gewonnen, indem man halt hier kommentiert. Also einfach, einfach mit teilnimmt, entweder das, was ich eben gesagt habe oder einfach auch selbst schreibt, oh ja, cool, ich fand das Video toll. Jeder Kommentar zählt, außer es ist ein Hanebüchner Kommentar, sowas wie, weiter so, da nicht. Es muss schon was zum Video sein. Gut, meine Damen und Herren, dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streami jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Lasst es knacken, meine Damen und Herren. Und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.